. Brands neue Ostpolitik kam schnell in Fahrt. Zum ersten Mal fuhr ein Bundeskanzler in die DDR. Er traf sich in Erfurt mit Ministerpräsident Stov. Ich wünsche Ihnen einen recht angenehmen Aufenthalt. Danke Ihnen sehr für die Begrüßung, auch dafür, dass Sie gutes Wetter besorgt haben. Daran soll Sie liegen. Danke sehr. Danke sehr. Die Erfurter zeigten sich nicht so verkrampft. Draußen spontaner Jubel für Willy Brandt. Drinnen Angst bei den DDR-Oberen. Eine Öffnung nach Westen könnte ihre Machtstellung gefährden. Sie stellten Maximalforderungen. Aber immerhin, man sprach miteinander. Es war schon ein Erfolg, dass ein zweites Treffen vereinbart wurde. Gute Reise. Danke sehr. Wiedersehen. Wiedersehen. So. Auf. Ich bin ein' Ich bin' Ich bin' Chao. Untertitelung des ZDF, 2020